In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du in WhatsApp Backups erstellst. Backups helfen dir zum Beispiel dabei, falls du mal mit WhatsApp auf ein neues Smartphone umziehst, den gesamten Chatverlauf von deinen Kontakten auf dem neuen Smartphone wiederherzustellen. Gleiches geht natürlich auch, wenn du WhatsApp auf deinem Smartphone neu installierst. Dann kannst du das Backup einfach wiederherstellen und dann sind wieder deine ganzen kompletten Chatverläufe sichtbar. Und wie das funktioniert, das werde ich dir jetzt in diesem Video zeigen. Als erstes, wie du ein Backup erstellst. Öffne dazu WhatsApp. Tippe dann oben rechts auf die drei Punkte. Wähle dann Einstellungen. Tippe dann auf Chats. Scroll nun etwas nach unten. Hier findest du die Option Chat Backup. Das letzte Backup ist von gestern 2 Uhr morgens. Tippe auf Sichern, um ein aktuelles Backup zu erstellen. Unabhängig davon erstellt WhatsApp einmal täglich eine automatische Sicherung. Hier siehst du auch die Aktualität und den Speicherort des Backups. Weiter unten kannst du auch die Online-Speicherung in Google Drive aktivieren. Tippe da zum Beispiel auf Täglich. Die Online-Speicherung ist nützlich, wenn du auf ein neues Smartphone wechselst. Über das gewählte Google-Konto kann sich dann das neue Smartphone das Backup herunterladen. Bei der ersten Aktivierung von Google Drive muss man die nötigen Zugriffsrechte zulassen. Nun werden die Backups lokal auf dem Smartphone und im Google Drive des gewählten Google-Kontos gespeichert. Die Wiederherstellung mit einem Backup geht über die Neuinstallation von WhatsApp. Zum Beispiel, wenn du auf ein neues Smartphone umziehst. Voraussetzung ist die Verknüpfung des neuen Smartphones mit dem Google-Konto, in dem das Backup gespeichert ist. In den Einstellungen deines Smartphones findest du alle Konten, die mit deinem Smartphone verknüpft sind. Wie auch das Google-Konto, das für einen Umzug auf ein neues Smartphone wichtig ist. Wenn es noch nicht verknüpft ist, dann kannst du weiter unten das Konto hinzufügen. Für die Wiederherstellung installierst du WhatsApp neu. Dazu öffnest du auf deinem Smartphone den Play Store. Als nächstes suchst du oben nach WhatsApp. Wähle hier WhatsApp Business oder die normale Version. Tippe dann auf Installieren. Sobald du den Berechtigungen zustimmst, wird WhatsApp installiert. Falls WhatsApp bereits installiert ist, dann musst du WhatsApp erst deinstallieren, bevor du eine neue Installation mit einer Backup-Wiederherstellung durchführen kannst. Sobald die neue Installation fertig ist, öffnest du bei dir WhatsApp. Jetzt wird es neu eingerichtet. Dafür musst du den Benutzerbedingungen zustimmen. Als nächstes muss deine aktuelle Telefonnummer bestätigt werden. Dazu wählst du das Land oder du gibst die Ländervorwahl ein und deine Nummer. Nun bekommst du eine SMS mit einem Bestätigungscode. Wenn WhatsApp die SMS erkennt, dann geht es automatisch weiter. Wenn nicht, musst du die SMS öffnen und den Code hier eingeben. Anschließend sucht WhatsApp nach verfügbaren Backups auf dem Smartphone und online in Google Drive. Hier hat er auch schon eins gefunden. Oben rechts auf den drei Punkten gibt es weitere Optionen. Ich nehme jetzt einfach mal das letzte Backup und tippe auf Wiederherstellen. Tippe auf Weiter zum Wiederherstellen aller Chatnachrichten. Den Namen kannst du von deinem ursprünglichen Konto übernehmen. Tippe dann auf Weiter. Das überspringe ich, deshalb tippe ich auf Nicht jetzt. Nun sind alle Chats aus dem Backup wiederhergestellt. So wie eben gezeigt, kannst du alle deine Chats von einem alten Smartphone auf ein neues übertragen. Für den Fall, dass es hier mal ein Software-Update gibt, dann kann es ja sein, dass das hier gezeigte Video nicht mehr funktioniert. Dann werde ich natürlich ein neues Video hochladen. Da kannst du dann gerne reinschauen. Wenn du darüber informiert werden möchtest, dann abonniere am besten den Kanal, weil dann bekommst du direkt eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn du mehr zu WhatsApp oder zu Android sehen möchtest, du findest bei mir hier auch noch zwei Playlists. Die werde ich mal einblenden. Da kannst du gerne mal draufklicken. Da findest du bestimmt irgendwas, was für dich auch interessant ist. Ich sage dann erstmal soweit. Ciao. Mehr findest du hier in den beiden Playlists. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.